Ein gutes Kapu-Kime, naja, wenn das Kapu-Kime, was man ingame fangen kann, ein gutes Wesen hat. Und bei den DVs, das wird immer drei DVs haben, die restlichen musst du mit Kronkorken machen. War ich der Meinung, oder? Ja. Also, eigentlich nur Topf resetten. Ja. So, das 88. Rote Moth. Eisbundle-Kopi-95. Pipe! Fast aber bei der 100 wieder. Ja. Ah, 100, 100, 100, type. Oh, ich will auch essen. Und Matti bestellt sich eine Pizza, wie gut er es hat. Ah, voll gemein. So, 95. Ich bin wieder da. Trasser-Hunting geht weiter. Oh, viel Glück. Erneut. Und wieder kann Shiny. Schade. Keiner will eine Trostspende machen. Warum ist das denn kein Shiny bei dir? Shiny Haspiro muss doch kommen. Bitte sehr, Trostspende. Ja, los geht's. Direkt danach, Shiny. Muss jetzt. Jetzt noch mal eine Glückwunschspende. Auf fünf Pokémon, dann haben wir die 100. Oh, wir kommen immer näher und näher. Wir wissen, die 100 ist die Glückszahl. Ja. Daher wird das schon. Nein. Was? Was? Beim 90. Encounter. Nein. Nein. Wirklich? Warte, warte, warte. What? Oh, Leute. Dann ist er nicht da. Ja, er hat sein Shiny. Hoip, 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 hoip. Alter, wie krass. Glückwunsch, Mann. Alter, danke. Da hat er sein zweites Shiny-Formel bekommen. Das ist gemein. Das ist gemein. Untertitelung. і